Captain Kenway. Ihr habt etwas für mich? Den Aufenthaltsort des Templars Woods Rogers. Er ist auf einer kleinen politischen Feier. Also seid leise. Man munkelt, King George bestellt Rogers zurück nach London. Ei, unzufrieden mit seinem Fortschritt in Nassau. Weil es immer noch zu viele Piraten gibt, hab ich gehört. Du musst dich verkleiden, um die Puderquasten auf der Feier zu täuschen. Ich schlage diesen Diplomaten vor, Ruggero Ferraro. Der steht schon lange auf unserer Liste. Ich verstehe. Sendet ihr das hier nach England für mich? Ei, morgen läuft ein Schiff aus. Caroline Scott Kenway, Hawkins Lane, Bristol. Du warst selbst ein Freibeuter. Warum hast du so wenig Respekt vor Männern, die nur ihren eigenen Weg gehen wollen? Du wirst meine Gründe niemals verstehen können, Cretin! Du, der du im Leben immer nur zerstört hast, was unsere Zivilisation groß macht! Ich kann es verstehen. Ich sah das Observatorium und kenne seine Macht. Du würdest damit doch nur spionieren, erpressen und sabotieren. Ja. Und alles für einen höheren Zweck. Für die Gerechtigkeit. Um Lügen zu ersticken und Wahrheit zu suchen. Kein Mensch auf Erden braucht eine solche Macht. Und doch erträgst du es, dass Roberts es nutzt. Nein. Ich hole es zurück. Und wenn du mir sagst, wo er ist, halte ich ihn auf. Hier, am Ende der Klinge, finde ich doch noch einen Freund in dir. Prinz Fipe. Verrückter Hund. Unsere Quellen sagen Prinz Fipe. Erledigt. Wohin jetzt? Pack deine sieben Sachen, wir segeln nach Afrika.